Heute besuchen wir die Fontaine de Vaucluse. Es ist die Frankreichs größte Quelle und die fünf größte der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Im Frühjahr und Herbst fließen etwa 200 Kubikmeter Wasser aus der Quelle. Auf dem Weg zum Quellteich. Im Frühjahr und Herbst fließt. 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 Im Frühjahr und Herbst fließt.